Ja, hallo zu diesem Video. Ich habe mir diesen Constellation gekauft auf Ebay für 40 Euro, 6 Euro Versand. Die hatten das auch getestet, ich hatte da angefragt. Und das Problem war, die erste Partie lief auch bis zum 40. Zupimadam, meinetwegen 40 bis 50. Und dann fing das an mit den Aussetzern. Ich wollte euch fragen, ob das einer von euch was von weiß. Also er leuchtet grün, er springt normal an. Und jetzt ist es schon soweit. Diese kurzen Töne und es geht keine Partie los. Ich kann also machen, was ich will. Aber ich konnte schon mal eine Partie spielen, da funktionierte der normal. Also was könnte das sein, was das auslöst hier? Ich kann also nichts machen, also New Game oder sowas kann man alles vergessen. So ist der Piepston, der sich normal an, wenn man den anmacht. Das Problem war, ich habe den bekommen, habe den angeboxt und dann konnte man eine Partie spielen. Und dann irgendwann fing das an hier. Und ob ihr dann Rat wisst, was man da machen könnte. So, das war es dann auch schon. Tschüss, bis zum nächsten Mal.